Große Ziele kannst du nicht erreichen, indem du der oder die bleibst, die du heute bist. Ich glaube, dass wir alle im Leben einen Fixstern brauchen. Etwas, das wir auf jeden Fall erreichen wollen. Also einen großen Traum, eine große Vision. Etwas, das größer ist als wir selbst. Und an diesem Fixstern können wir unser Leben ausrichten. Bei mir ist es, dass ich einer Million Menschen helfen will, finanziell frei zu werden. Das ist ein Ziel, das schon extrem groß ist, trotz der Millionen Bücher, die ich verkauft habe. Denn finanziell frei bedeutet etwas ganz Großartiges. Dass du genug Geld hast, um nie mehr arbeiten zu müssen. Achtung, das heißt natürlich nicht, dass du nicht mehr arbeitest. Ich arbeite ja auch, weil es mir so viel Spaß macht, aber nicht, weil ich es muss. Finanziell frei bedeutet, dass du gerade genau das Leben leben kannst, von dem du immer geträumt hast. Dass du genau den Tagesablauf hast, den du dir wünschst. Und dass du mit den Menschen zusammenlebst, die du liebst. An dem Ort, den du liebst. Finanzielle Freiheit ist meines Erachtens unfassbar wichtig. Ich glaube, dass zu einem wirklich würdevollen Leben die finanzielle Freiheit dazugehört. Denn solange du nicht finanziell frei bist, weißt du einfach nicht, ob du arbeitest, weil du musst oder weil du es wirklich willst. Aber in dem Moment, in dem du finanziell frei bist, kannst du das entscheiden, weil du es spürst. Du wirst ja aufhören, wenn du nicht mehr es wirklich liebst. Also, das ist mein Ziel, einer Million Menschen zu helfen, finanziell frei zu sein. Das ist ein echter Fixstern. Und weißt du was? Fixsterne zu haben, verhindert Angst. Es verhindert Sättigung. Es verhindert Faulheit. Ein Fixstern macht dich mutig. Er macht dich motiviert. Er treibt dich an. Treibt dich an, der Beste zu werden, die Beste zu werden, die du sein kannst. Denn eins ist klar, große Ziele kannst du nicht erreichen, indem du der oder die bleibst, die du heute bist. Du und ich, wir müssen wachsen, um unserem Fixstern zu folgen. Und indem wir ihm folgen, wachsen wir automatisch. Ein Fixstern erlaubt dir, dass dein Leben leuchtet, dass du leuchtest. Es ist ein Wachst. Untertitelung des ZDF, 2020